Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute werden wir einen Set von Cresart öffnen, nämlich die magische Sandmaschine. Der Set beinhaltet einen Sandmischer, Kasten mit Sand, eine Walze, Formen und fröhliche Farben. Sie können den Sand mischen und allein färben. Sprengen, Twist, Mischen und Selbstmachen. Diese sind die Kombinationen, die wir machen können. Lasst uns jetzt die Schachtel öffnen. Wow, was für fröhliche Farben und Glitzer. Wir haben auch einige Beutel. Wow, schaut mal wie viele Artsachen es gibt. Eine Walze. Die Kurbel, lasst uns es aufbauen. Wir sollen die Sandkasten öffnen. Das war's. Das war's. Dann schnauze. Dann schnauze. Wir haben rosa, orange, gelb, blau und grün. Und wir haben auch Glitzer. Wow! Und ein kleiner Trichter. Wir fügen jetzt auch Farbe hinzu. Lasst uns die rosa Farbe ändern. Und die grüne verwenden. Und Glitzer möchte ich auch hinzufügen. Lasst uns mehr machen. Und als Ergebnis haben wir eine fröhliche Farbe. Lasst uns noch eins machen und Glitzer dazu fügen. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht mir einen Daumen nach oben zu geben. Und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss.